Einen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Nefjörn. Hi, hat er fertig geknuspert. Hm, knuspert gerade noch ein bisschen fertig. Es gab gerade ein Stück Paprika. Meine Freundin kam hier rein und hat gesagt, kannst du dir mal was gesundes? Siehst aus wie ein Hase. Kannst du mal ein Stück Paprika essen? Ja, hier erstmal ein Stück Paprika. Hier mein Hase. Hier mein Hase, hier ein Stück Paprika. So, hier jetzt erstmal so. Das klappt doch nicht mehr. Das klappt noch. Hat damals schon geklappt, das klappt heute noch. Alles Noobs im Gegnerteam, 12 und 10 haben die. Und 69. Hashtag Pondös. Schaut den Augen des Drachen. Oh, ne Zaya kommt gesprungen. Ja, hat geklappt, da ist einer drin jetzt. Ah, voll weggefetzt. So, ist auch down jetzt. Ich bin down, ja. Nein, 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 nein. Der drin war was down. Junkrat sagt gerade, ich bin heute ein Spitz. Wir haben aber auch keinen Healer, dafür haben wir zwei Torbjörns. Ja. Also, ich hab meinen Sohn heute schon getan, ich hab drei Kills. Heißt das Torbjörne? Torbjörni? Der ist Torbjörns. So, was hat der andere Anso gemacht? Hast du schon gesehen, wie viele Kills der gemacht hat? Ich weiß nicht, muss grad hier gegen Soldier kämpfen. Kann man aber auch nicht sehen, glaub ich. Ich muss meinen Namen... Ist ja doof. Boah, das ganze Team wurde zerstört gerade. Ja, und der Sohn hat mich gekillt. Und dann lässt Junkrat ja noch seine Dings fallen. Trotzdem sind die gerade gut am Schieben. Gut am Schieben, gut am Schieben. Hab ich schon mal besser gesehen. Das war zum Beispiel ziemlich gut. Da kommt ein Genji geflogen. Nein, hast du nicht. So. Ich hab dich irgendwie... So. Hab ich ihn erst mal gemacht, ey. Oh, warte mal. Das sieht besser aus, wenn er hier vorne liegt. Oh, schade, das geht jetzt nicht. Ah, hin zu uns. Hab ihn. Warte, kann ich den nicht hier vorne hinlegen? Ich hab den Feinde erfasst. Niemand entgeht mir. Oh, nicht schon wieder. Wieso hat der seine Ulti schon wieder... Ach so, weil ich ihn in der Ulti gekillt hab. Das ist, weil du ihn in der Ulti gekillt hast. Ja, ist okay. Wir haben uns aber beide gemacht, du. Ein unbedeutender Rückschlag. Aber ich hab die Diva gemacht mit der Ulti. Ich bin heute ein Spätsünder. Hallo, Basten. Schaut mit den Augen des... Junkrat, der braucht auch nicht viel Skill, ne? Du musst einfach nur so zwischendurch reinwerfen. Ja, deswegen spielen ihn so viele. Ah, ich brauche Katoschka. Ich brauche Katoschka. Oh Gott. Nimm's nicht so schwer. Oh, Basten, ey. Basten war jetzt wieder ein Glanzbeispiel. Er ist drin, ja, er ist rot. Er holt dich. Nicht. Aber der hat seine Ulti jetzt nicht mehr, ne? Die hat er jetzt schon gezündet gehabt. Die hat er, genau. Es gibt einige Leute, die haben ihre Ulti danach nicht mehr. Nein, nein, er hat die aber auch schon lange... Wenn er das Schwert gerade zieht und du ihn dann tötest, hat er die noch. Aber er hatte die schon draußen, also hat er sie nicht mehr. Ach so. Aber Winston zum Beispiel... Seine Ulti kann halt nicht so... Nee, die ist dann weg. Die ist einfach weg. Die ist einfach weg, ja. Die brauchen noch zwei... Ach so, wir entschieden zurück. Ich hab mal einen Soldier gemacht. Alleine er steht drin. Bantot. Mitten ins Herz. Potsau. Nein! Oh, Genji ist fast tot. Wie schnell... Die haben Port... Haben die Symmetra? Nee. Weil die so schnell wieder da sind, Alter. Auf der Map ist man so schnell... Die müssen nicht so weit laufen. Ja, auf der Map muss man allgemein nicht so weit laufen. Noch einmal voll... Farrah, tut mir leid für dich. Oh, ich hab die Dings... Dings drauf. Sphäre, Sphäre. Die Sphäre, Sphäre. Niemand kann sich verstecken. Genau da drin, Reinhard. Genau da drin. Ich hab ne Idee. Meine Damen und Herren! Kommt raus und stellt euch! Hehe. Oben kommt ne Farrah wieder. Oh, das ist die Ulti. Nein! Die Farrah hat mich noch gemacht. Oh. Oh Gott. Er steht schon wieder da. Das ist immer seine Pose. Ey, ich hab dich im Visier. Ja. Aber von da siehst du so viel. Aber ich hab meine Ulti. Die kann ich jetzt reinhauen. Das doof ist, dass wir keine Widowmaker haben, die jetzt irgendwie mal zeigen könnte, wo die alle stehen. Das wär so gut für Hanso. Ich bin schon mal überlegen, ob ich von Junk werd. Wie viele sind da? Äh... Da sind sie! Ryuyo! Wagatekyo Kurei! Ich treff auf jeden Fall. Okay, Vago ist tot. Oh, die sind alle da oben, alter. Krass. Ist natürlich krass, dass sie meine Beine sehen, aber ich deren noch nicht. Jet Junk Red ist geil. Habt doch mal was vorbereitet. Wenn er die Mine legt, ne? Ja. Brauch Heilung. Paketenschild hochgefahren. Durchschreitet die Iris. Soldier ist runtergelaufen in den Keller. Ich weiß nicht, was er da will. Erstmal ne Runde gegen Verkehr hier. Sparten sie ihre Motoren! Muss ganz schön weit fahren. Ja, die war down. Grad als sie ihren Mech rufen wollte. Boah. Das gibt's nicht! Ich hab ihn getroffen. Und seine Kackgranate hat mich wieder one-hitted, ey. Oh. Gar nicht gesehen. Was soll das denn? Ein unbedeutender Rückschlag. Noch 30 Sekunden. Ich hatte ja diesen TikTok-Tik-Tik-Tik-Tik-Tik-Tik-Tik-Spruch bei Dings. Jetzt hab ich einen neuen. Da sagt er dann, hat wer Lust auf Barbecue? Oben ist ein Genji! Oh, oh. Da kommt ne Ulti. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Wir müssen das noch ein bisschen halten hier. Schon wieder? Wie schnell hat der denn sein? Haben die zwei Soldiers? Äh, ja. Aber die schaffen das eh nicht. Yes! Sogar keine Overtime, ey. GG! GG! GG nach Hause! Der schmied seiner Fülle mit seinem Vogel. Der Vogel da vorne drin. Was? Ah! War's nicht du, ne? Ah! Ach ja, ja, ja. Oh, oh. Boah! Die standen auch immer da oben alle. Der Skiller! Und dann nix mehr, oder was? Okay. Aber trotzdem der Skiller. Oh, da weiß ich nicht, wen ich wählen soll. Der Skiller. Äh. Hast du auch den Reinhardt genommen? Nee. Jetzt ja. Ist schwer, fand ich auch nicht gut. Dieses Zielfortschritt-Kill 7. Ist so. Ist so, geht so. Oh, und ne, wie viele? Bestimmt mehr als ich. 2374. Oh. 2474. Oh, dann hast du irgendwas gekriegt. Irgendein Boni. Bronze-Medaillen-Boni. Ja, ich hab keine einzige Medaille. Dann hast du wahrscheinlich einen Silber-Medaillen-Boni für 100 EP gekriegt, oder so. Zwei Bronze hab ich hier. Oder zwei Bronze, zwei 50er-Bonis, genau. Genau. Weil jede Medaille gibt auch nochmal EP. So, Angriff. Erstmal warten auf Spieler nochmal. Wieso gehen die denn immer alle? Sind zwei Leute gegangen. Aus unserem Team auch noch. Und der gute Esperanzo ist jetzt im Gegenteam. Esperanzo? Achso. Den ganzen Tag mit ihm zusammengespielt und dann verlässt er uns. Schrecklich. Hab ich meinen Skins schon gesehen? Meinen coolen. Reinigen-Reinhard-Skin. Ach komm. Esperanzo. Den Reinigen-Reinhard-Skin, ja. Guck mal, wenn man Reinhard hat, dann stellt man sich hier hin. Und dann fährt man los. Hab ich was verpasst? Ich dachte jetzt, der Esperanzo hat mich mit einem sauberen Pfeilschuss gewonshottet. Aber... Er hat E gedrückt. Arriere aktiviert! Alles klar! Oh, ich fühle mich geehrt! Haha, oh. Eingriff. So, was nehmen die anderen denn? Ich orientiere mich jetzt daran, was die anderen nehmen. Hohi macht mit. Der Hohi. Und der Fordes. Ja... Keine Unterstützungshelte, Nephi. Wir greifen an, ne? Ja! Das ist so typisch. Ja, dann bleibst du an uns hängen. Was willst du sein? Tank? Ein Tank und eine Unterstützungshelte. Willst du Tank oder Soforter sein? Willst du Unterstützer sein, dann nehmen... Mit Mercy. Will ich lieber rein. Ich spiele, um zu gewinnen. Grüße! Achtung! Dein Ulti ist doch nicht bereit! Hat jemand den Ausgerufen? Dafür brauche ich keine Hexen! Was cooles Brains sein? Häschen! Achso. Meiner ist cool. Ich habe einen Heiligenschein mit Mercy. Also nur so einen Heiligenschein. Hallo! Hier, du... Guck mal, du siehst zu mir herab... herauf. Haha, genau. Sprechstunde bei der Frau Doktor. Dafür brauche ich keine Hexen! Den Spruch habe ich extra ausgesucht. Den habe ich bekommen und ich dachte mir so, der ist perfekt. Dafür... Dafür brauche ich keine Hexen. Dafür brauche ich keine Hexen. Ich habe den hier. Sprechstunde bei der Frau Doktor. Ach, ja. Hat man schon mal eine Sprechstunde oder so, oder? Oh, ich gehe da nicht raus. Da schießt schon wieder irgendeine Farrah drauf, ey. Flieg hoch. Ich flieg hinterher. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Die sind alle hier. Äh... Das geht nicht gut, wenn wir hier rausgehen. Oh, Junkrat ist tot. Bin down. Ich konnte nicht hinter dir hier fliegen. So, wo ist denn der Bäschen? Ach, da. Bäschen down. Gibt es auch Leute, die machen Schaden. Zenyatta down. Zaya down. So. Jetzt schieben wir mal, ne? Ich habe mal gecleared. Da kommt ein Han so. Die fresse ich mal, die Pfeile. Komm. Na, Kampf. Kannste nicht. Komm. Da läuft er. Oh, da kommen sie alle. Oh. Ich habe seine Granate gefressen. Scheiße, Bäschen wäre fast down gewesen. Muss weg. Komm. Wir haben geschoben. Das reicht. So, weiter sind sie eben nicht gekommen. Ne. Triple A. So. Schadensboost aktiviert. Oh, ho, ho, ho. Oh, ich rocke. Oh, fuck. Ich rocke, sagt er. Ja, ich habe gerade voll abgerockt, Aira. Nur weil ich ihn geheilt habe. Wir sind König. Was, hinter mir? Ah, er hat seine Ulti gerastet, damit er nicht stirbt. Nice. Jetzt ist er trotzdem gestorben. Da oben ist ein Han so. Nein, hat er wieder eh gemacht, glaube ich. Er hat wieder den Dreierfall geschossen. Wie viele Han... Die haben zwei Bastions. Zwei Bastions, ja. Ah. Oh, nee, war guter Schuss. Oh, ich mit Mercy noch was reiß. Ey, wieso bin ich nicht on fire? Ich verstehe das nicht. Wir wissen, die Drachen hat es geschafft. Ich habe gerade mega viel niedergeballert. Kann ich die Sphäre von Zenyatta fressen? Das ist ja endgeil. Äh. Nein, du bist tot. Ja, ich bin tot, genau. Aber Desaya auch. Desaya. Und Junkwit auch. Oh mein Gott. Und das ohne Mech. Na, jetzt gehen wir erstmal zusammen rocken hier. Ja, jetzt hole ich mir erstmal einen Mech. So. Cut my chill out. Ich bin wieder da! Cut my chill out, Mix. Ah, den Strahl von Dings kann ich nicht wegfressen, leider. Ah fuck, da ist ein Dings, ein Baschen. Der ist noch down. Nee, da ist noch ein Baschen. Hast du vergessen? Wir haben erstmal einen Checkpoint erreicht. Ja, ist ja gut so. So weit sind die vorhin nicht gekommen, wie gesagt, ne? Ne, eben nicht. Ah, da ist ein Bastion. Okay, ich weiß, wo der Bastion ist. Den hole ich mir jetzt. Zu meiner Zeit sind die Gottlings abgeliefert. Souljay. Au, Bastion und die. Weißt du, was der Souljay eben sagte? Ich hab's nur vage gehört. Zu meiner Zeit hätten wir die Fracht schon längst abgeliefert. Bastion down. Senjata down. Ja, wirf deine Gran... Der Junkpit, der ist richtig dumm. Der wirft seine Granate immer in mein Schild rein. Oh, das war dumm von mir. Jetzt sterb ich. Ah, ne, noch nicht. Sauf, da kommt ein Bastion gleich links. Sag ich doch. Da ist auch ein Senjata drin. Ja, der Senjata heilt den Besten grade, pass auf. Komm zurück, komm zurück. Ich hab mein Mech noch nicht. Das Problem ist, mein Mech kommt schneller, wenn ich angreife. Ja, dann greift er an. Ja, ja. Oh nein, Kartoschka. Oh oh, ich bin drin. Ja. Keilen uns. Verdammt. Das war gut von ihm auf jeden Fall. Was sind so viele grade? Er ist ja massiv. Ach, ernsthaft? Ich bin gefangen. Mach den Junkpit down. Nice. Komm, die Zaya ist auch down. Ja. Der Hanso auch. Gleich. Nice. Erfolg freigeschaltet. Was ist denn hier? Abgekartetes Spiel. Okay. Ach man, ey. Wieso kriegt ein Bastion den? Ach man. Oh Gott, heißt er noch. Wagou. Ach so. Wagou. Mein Arme Mercy. Weißt du, so ein Stumpfen. Ach ey. Mach ich nicht so runter. Ey. Hervorgerufene Heilung. Komm schon einer mehr. Meiner noch. Meiner noch. Jawoll. Jawoll. Mein E-Penis ist gewachsen. Mein E-Pischer. So, du musst das machen. Oder warte, wie viel EP wir noch haben hier. Der EP-Vergleich. 2.148. 2.198. Ah, da haben wir geheilt, ey. Ah nee, du hast eine Medaille mehr einfach. Du hast die 50 EP, die mir fehlen, weil ich nicht heilen kann. Weil ich hervorgerufene Heilung nicht machen kann. Genau. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So... Max, CPI terrein. So... Aufegt Vielen Dank.